Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit dem VWO rum. Am 27. Januar 2018, kurz vor dem Ende des Transferfensters, das noch geöffnet ist, geht es heute offiziell los, muss man sagen, mit dem Rückrundenstart, auch wenn es schon das zweite Spiel im Jahr 2018 ist. Wir sind am letzten Spieltag mit einem 1 zu 1 unentschieden ins neue Jahr gestartet beim 1. FC Köln, am Ende wahrscheinlich leistungsgerecht und wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Aber die nächsten beiden Spiele, die sind von besonderer Bedeutung. Wir spielen zweimal gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, heute mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenletzten RB Leipzig. Die Gäste wiederum sind allerdings sehr gut ins neue Jahr gestartet, haben nämlich etwas überraschend in Bremen ihren zweiten Saisonsieg gefeiert mit einem 1 zu 0. Wir sind also gewarnt und deswegen, ich muss mal ganz kurz meine Nase rümpfen, so, jetzt sollte es auf jeden Fall besser gehen. Auf jeden Fall sind wir heute mit unserem ersten Neuzugang am Start. Insgesamt gibt es in der Startausstellung zwei Veränderungen. Insgesamt ein bisschen offensiver, möchte man meinen. Denn zum einen, zwei junge Holländer kommen übrigens ins Team, fällt mir gerade auf. Zum einen Mitchell van Bergen, der schon seit 1,5 Jahren mittlerweile bei uns im Kala ist. Er kommt rein für Timo Pertel. Max rückt dadurch auf die Linksverteidigerposition zurück. Von Bergen über den linken Flügel. Und der andere junge Niederländer ist unser erster Winterneuzugang. Nämlich Hidde, TR West, der 2,5 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, kam vom FC Twente aus Endstelle, aus der holländischen Ehrendivise. Keine 24 Stunden hier in Bochum und gleich wird er von Anfang an ins kalte Wasser geworfen. Mal gucken, ob es gut geht. Wir gucken auf die Parallelspiele auch noch. Da spielt zum Beispiel Leverkusen gegen Darmstadt, Dortmund gegen Bremen, der ASV gegen Wolfsburg und Stuttgart, das für uns interessant spielt in Mainz. Denn der VfB Stuttgart ist ja momentan noch in der Tabelle hinter uns. Genauso wie RB Leipzig und das soll nach Möglichkeit natürlich dabei bleiben. Unter anderem haben wir beim letzten Mal auch schon den ersten Spieler zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Und zwar einen alten Bekannten, Julia Osako, wechselt vom 1. FC Köln ablösefrei zur neuen Saison zum VfL Bochum. Ein oder vielleicht sogar noch zwei sollen auch noch folgen. Zur neuen Saison als auch noch offiziell im offiziellen Transferfenster. Also man kann erwarten bis zum Spiel gegen Schalke, dass mindestens noch ein weiterer Neuzugang kommt. Ja, mindestens einer. Es sind sogar eigentlich zwei, die noch kommen sollen. Aber damit beschäftigen wir uns erst nach dem Spiel. Ein paar Tage haben wir noch Zeit, uns mit anderen Vereinen zu verständigen auf eventuelle Transfers. Aber jetzt erstmal zurück auf den Rasen, auf das grüne Fußballgeläuf. Unser erstes Heimspiel im Jahr 2018 und unsere Heimbilanz, das ist ja ein offenes Geheimnis, das wissen alle Fußballfans hier auf diesem Planeten in Fußballdeutschland, dass der VfL Bochum eine sehr bescheidene Heimbilanz im letzten Jahr hatte. Vielleicht können wir mit dem ersten Spiel im neuen Jahr diese Bilanz endlich mal ein bisschen nach oben schrauben. Bei der Partie VfL Bochum gegen RB Leipzig. Bis zum nächsten Mal. Da ist er also, unser neuer Rechtsverteidiger Hilde Terbest. Da haben wir es gerade nochmal gesehen. 2,5 Millionen Euro Ablöse wird sein Debüt feiern. Und natürlich auch seiner Stammposition hinten rechts in der Viererkette. Ansonsten, wie angedeutet, noch eine weitere Veränderung von Bergen. Heute von Anfang an. Dabei anstelle von Pertl, der im Spiel gegen Köln heutiger mal nicht so gut ausgesehen hat. Heute also ein bisschen offensiver mit Max und van Bergen über die linke Seite. Bochum will nach vorne spielen und Bochum will zu Hause Tore erzielen. Bis dato waren es ja in der Hinrunde nur zwei Mikrige gewesen. Wir gucken auf die Gäste. Mit Gulaschki im Tor. Klostermann der Ex-Bochuma rechts hinten in der Viererkette. Orban Nukan in Halstenberg links. Demel Isanka davor. Stiepermann und Forstberg. Über die Außen und Vorne. Davy Selke und Timo Werner. Tobias Werner wollte ich gerade sagen. Nein, Timo Werner ist der Gute. Zwei gefährliche Stürmer. Und natürlich auch eine besondere Personalie. Marc Stiepermann. Den wir in der Winterpause ja für knapp 2 Millionen Euro. Oder etwas mehr sogar. 2 Millionen Euro Richtung Leipzig abgegeben haben. Das ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Heimo Wasserschneider. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und ich habe vergessen den Ball übrigens umzustellen. Beim letzten Mal hatten wir ja Schnee. Diesmal nur Nebel. Okay, aber heute spielen wir mal wieder mit dem orangenen Spielball. Weil vielleicht bringt er uns Glück im heutigen Heimspiel im Bonobiliar Ruhrstadion. Hat Leipzig angestoßen. Spielt in den weißen Trikots und roten Hosen von rechts nach links im ersten Durchgang. Über Halstenberg, der Linksverteidiger. Forstberg. Das ist Davy Selke. Guter erster Spielzug. Und der Abschluss von Timo Werner. Seit kurzem ja auch bekannt als Schwalbenkönig. Nach seiner Einaktion im wahren Leben in der Fußball-Bundesliga. Als er einen Elfmeter sehr fragwürdig geschunden hat. Und da war sogar noch Bastian Spass glaube ich dran. Es gibt sogar die erste Ecke hinterher. Und Stiepermann darf die überraschenderweise treten. In Bochum keine Rolle gespielt. Und hier also mit seinem ersten Spiel im Ruhrstadion gegen den VfL Bochum. Seine Ecke eigentlich leicht abzufangen gewesen für Busk. Der allerdings da erneut zur zweiten Ecke in Folge klärt. Da war gerade nochmal der Distanzschuss. Der nicht den Weg aufs Tor findet. Erstmal die Kopfballabwehr. Nochmal zurückgelegt auf Forstberg. Und es gibt die nächste Ecke hinterher. Basé hat diesmal abgeblockt. So, bitte zur Ecke. Den Ball. Und dann kann es auch schnell weitergehen. Stiepermann zum dritten. Busk kommt wieder raus. Diesmal mit beiden Fäusten dazwischen. Aber Ball kommt wie ein Boomerang zurück. Bis Van Bergen dazwischen geht. Und vielleicht so etwas wie ein Konter. Ne, so leider nicht. So genau das Zuspiel von Basé. Jetzt müssen wir erstmal das Zentrum dicht machen. Holy shit, was ist denn da los? Nächster Schuss aus der Distanz. Und auch der gefährlich. Bochum findet hier keine Zugriff in den ersten Minuten. Und auch der Schussversuch. Da fehlte nicht gerade viel. Die ersten Minuten gehört ganz klar den Gästen. Das Hinspiel endete übrigens in Leipzig mit 1 zu 1. Dort fielen zwei Traumtore. Jameson zum 1 zu 0. Und Dominik Kaiser, der heute erstmal nur draußen sitzt bei RB. Zum 1 zu 1 Ausgleich. Jetzt aber erstmal die erste Passstafette vom VfL Bochum. In dieser Partie-Polta. Schafft es auch nicht, den Beider mal richtig zu behaupten. Und jetzt kommt Davy Selke vorbei an Gökhan Gühl. Und man merkt nicht, dass RB Leipzig Tabellenletzter ist. Denn die spielen hier guten Fußball. Bochum findet noch überhaupt nicht statt. Nächster Abschluss. Davy Selke, der ehemalige Bremer. Tested Bus im kurzen Eck. Elf Minuten gespielt. Schon die vierte Ecke. Wieder Stiepermann. Und da hatten wir richtig Glück. Und da hat sich blöderweise der Torwart mal wieder den Tastendruck bemerkt. Deswegen schlechter Abwurf vom Bus. Nach dem Lattenkopfball nochmal Forsberg mit der Chance. Trifft den Ball allerdings nicht so wirklich. Also, es kann mal langsam losgehen, lieber VfL Bochum. Ihr dürft auch gerne mal an der Partie jetzt mit teilnehmen. Habe ich jetzt mal so eben einfach beschlossen. Vielleicht jetzt. Der lange Ball auf Mitchell van Bergen. Über Umwege zu Eisfeld. Der zu Polta. Der sucht eine Anschlussstation. Oh, van Bergen, was war das denn? Hätte auch mehr draus machen können. Ther West, erster Ballkontakt für den Neuzugang. Und das ist Bradford Jameson. 15. Minute. Beziehungsweise 16. Minute. Erster Abschluss. Nur noch von den Gastgebern. Schnell gespielt. Und Jameson mit dem Abschluss. Allerdings ein bisschen zu zentral. Gegen Gulaschi, den Ungarn. Der mit einem guten Torwartball sich da auszeichnen kann. Erste Ecke jetzt. Auf der anderen Seite. Zahm Reh. Da. Sehwit den Ball reinbringen. Philipp Max steigt zum Kopfball hoch. Kommt nicht ganz dran. Der Neuzugang mit einer schönen Flanke. Wow. Und da kommt Polta und Jameson beide nicht ganz ran. Und Leipzig muss den Ball erstmal ins Seitenaushauen. Ballbesitz für den VfL. Also Bochum konnte sich hier aus der Anfangsumklammerung der Gäste befreien. Und das ohne Gegentor erstmal überstehen. Jameson, Polta und dann ein bisschen zu viel Klein-Klein. Und Leipzig mit schnellem Direktspiel nach vorne. Aber guter Zweikampf. Jetzt wieder Gegenzug. Sebastian Polta. Eisfeld. Barsé im 1 gegen 1. Setzt sich durch. Bringt eine schöne Flanke. Aber Leipzig konnte das noch gut verteidigen. Aber jetzt Bochum am Drücker. Spielt guten direkten Fußball. Eisfeld. Polta. Und dann der Abschluss von Aparaschi. Ist auch ein guter Distanzschütze. Aber zu wenig Fahrt dahinter. Udashi kann den Ball sogar festhalten. Selke. Jetzt wieder Leipzig. Im Vorwärtsgang. Forsberg. Gute Drehung. Vorbei an Bühl. Der West kommt dazu. Kann die Flanke nicht verhindern. Und am 2. Pfosten zum Glück, nachdem sich Max da verschätzt hat, konnte der Leipziger Stürmer, Werner müsste es gewesen sein, den Ball nicht bearbeiten. Hier nochmal die bis dato größte Chance. Kopfball von Nukan. Der Innenverteidiger. Nach der Ecke von Stiepermann an den Pfosten geköpft. Aber bis dato 25 Minuten durch. Sehen wir hier eine unterhaltsame Bundesliga-Partie von beiden Mannschaften. Von 2 Abstiegskandidaten. Riskanter Ball. Aber gut gegangen. Terabest. Jameson Basé. Erstmal versuchen ein bisschen das Spiel zu beruhigen und Kontrolle über dieses Zug bringen. Aber Polter verstolpert da einen Ball nach dem anderen. Von Bergen. Ich wollte da eigentlich krätschen. Und das war mal wieder deswegen der falsche Tastendruck. Aber Eisfeld setzt nach. Wird den Ball sofort zurückerobern. Und das schafft er auch. Eisfeld sehr, sehr umkämpftes Spiel. Polter schnell direkt gespielt. Mitchell von Bergen. Polter bleibt hängen. Nochmal Polter. Und dann genau in die Handschuhe von Gulaschi. Nächster gute Abschluss. Nächste gute Möglichkeit. Aber auch da war wieder mehr drin. Basé. Borum findet mehr und mehr besser in die Partie. Aber dann Aparaschi mit dem Ballverlust. Frostberg, der Schwede, stellt sich erstmal auf den Ball. Im wahren Leben ja Topscorer in der Fußball-Bundesliga nach Aubameyang. Und das war ein klasse Pass. Der zum Glück ein bisschen zu steil war. Von Lukas Plustermann, dem Ex-Bochumer. Der hier in Bochumer nicht sehr gerne gesehen wird. Viele Fans haben ihn im Wechsel nach Leipzig immer noch nicht so richtig verziehen. Da haben wir gerade nochmal den Top-Transfer der Transferperiode gesehen. Den von Griezmann 112 Millionen Euro ablöse. Das ist schon eine ganze Stange. Aparaschi, super Zuspiel für Jamison. Der will nochmal zurücklegen für Aparaschi. Verzögerter Doppelpass. Aber vielleicht ein Pass wieder am Ende. Zu viel. Aber es bleibt dabei, weiterhin sehr ansehnliches Bundesligaspiel hier. Das wir im Bonovia-Ruhr-Stadion sehen. Jetzt der Fehlpass von Basé gegen Zug Leipzig. Basé muss da mit nach hinten arbeiten. Fehlpass im Aufbau. Folter, Jamison. Oh, was war das denn für ein Hackenpass? Das war ein bisschen zu künstlerisch. Und jetzt der schnelle Konter über den schnellen Werner. Und erstmal geklärt von Aparaschi. Van Bergen setzt nach. Eisbett kommt nicht in Ballbesitz. Selke, guter Zweikampf. Kein Foul von Gökhan Gühl. Gegenzug. VfL. Folter, muss da auch mal in Position laufen. Dauert alles ein bisschen zu lange. Aber dann das schöne Zuspiel für Basé. Das ist Jamison. Aber die Pässe von Bradford Jamison, den US-Boy, finden viel, viel zu selten ihr Ziel. Da hat Aparaschi jetzt kurz gepennt, nachdem Gühl den Zweikampf gewonnen hatte. Aber weiterhin Ballbesitz. Leipzig, Max gewinnt den Zweikampf. Und dann gibt's für irgendein Foul vor einigen Minuten noch die gelbe Karte. Und zwar für den Käpt'n. Für Il Sanka, den Österreicher. Der Abräumer. Ja, und hier kann man deutlich zu spät gegen Mitchell van Bergen. War schon einigen Minuten her. Seitdem gab es einfach keine Spielunterbrechung. Deswegen musste der Schiedsrichter das lange im Hinterkopf behalten. Nachspielzeit übrigens schon fast abgelaufen. Vielleicht nochmal. Ne, ein Angriff wollte ich sagen. Ne, Pause in Bochum. Und auch das mal wieder keine große Überraschung. Torlos, 0 zu 0 geht es in die Kabinen. Denn heute treffen auch die beiden offensiv schwächsten Vereine der Liga aufeinander. Beide haben es geschafft, gerade mal elf Saisontore zu erzielen in den ersten 17 Spielen. Deswegen wirklich noch weniger eine Überraschung als sonst schon. Wenn man sich ein Heimspiel des VfL Bochum anschaut, dass es hier noch 0 zu 0 steht. Der Tabellführer, der aktuelle Leverkusen, führt auch gegen Darmstadt. Relativ souverän, 2 zu 0. Und der VfL Stuttgart, ebenfalls noch torlos in Mainz, 0 zu 0. Später am Abend spielen noch Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir gucken auf die Ausdauer unserer Akteure. Jamison hat sich schon wieder ein bisschen müde gelaufen. Genauso wie Thomas Eisfeld, der ja nicht so 100% fit war vor dem Spiel. Hat sich im letzten Spiel gegen Köln eine Schulterprellung zugezogen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir Jamison vielleicht schon zur Pause rausnehmen. Denn ich möchte etwas probieren. Und zwar bringen wir Kevin Stöger. Ja, wir bringen Kevin Stöger für Jamison. Und zwar möchte ich mit Basé, nein, ich möchte nicht dich verschieben. Du bleibst im rechten Mittelfeld. Beziehungsweise Stöger wechselt auf die linke Seite. Van Bergen geht auf rechts. Und Basé möchte ich so als Mittelstürmerposition mit einbinden. Polter bleibt natürlich dementsprechend ganz vorne. Ich will also vielleicht noch einen Ticken offensiver. Ja, wobei, Jamison ist ja schon eher ein Stürmer. Egal. Auf jeden Fall mit Stöger bringen wir nochmal eine frische Offensivkraft. Für den etwas müden Jamison, der heute unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Hat im Hinspiel ja getroffen. Schönes Tor. Hat auch das Tor gegen Köln erzielt. Aber heute nicht so auf dem Damm gewesen. Deswegen personelle Veränderung. Basé jetzt, zweite hängende Spitze. Und Stöger kommt über die linke Seite. Und Van Bergen wechselt auf die rechte. Max, kein Abseits. Da ist Stöger völlig frei. Schön eine Flanke. Kommt, rutscht durch zu Van Bergen. Und da ist Basé mit der Riesenmöglichkeit. Und ich glaube, da war keiner mehr dran. Das war die größte Möglichkeit für den VfL Bochum in dieser Partie. Auch die Leipziger haben ausgewechselt. Allerdings habe ich jetzt nicht wirklich mitbekommen, wer da rausgegangen ist. Weil das Isanka der Geld vorbelastete. Und da war anscheinend tatsächlich kein Leipziger mehr dran bei diesem Schussversuch von Basé. Guter Auftakt in die zweite Hälfte. Jetzt der lange Ball. Basé. Wow. Gewinnt sogar das Kopfballduell gegen Lukan. Holter setzt nach. Aber Ball erstmal wieder in den Rhein. Der Rothosen. Und jetzt der lange Ball. Aber das war eine Abseitsposition. Vorm linken Außenbahnspieler müsste Frostberg gewesen sein. Freistoß. Thea Avest. Van Bergen. Also jetzt die junge holländische rechte Seite. Mit Thea Avest und Van Bergen. Das ist Basé. Das ist Polter. Versucht sich da zu drehen. Macht das gut. Polter. Stark den Ball abgeschirmt von Sebastian Polter. Aber kann den Ball nicht verwerten, nicht verwandeln. Gulaschi dazwischen. Und genau deswegen stehen die beiden Mannschaften hier im unteren Tabellendrittel. Die Chancenverwertung. Alles andere als gut. Jetzt Delke. Bastian's gut dazwischen. 19 Jahre jung wird jetzt sein Bundesliga-Debüt feiern. In der 57. Spielminute. Während wir kurz auf die nächsten Gegner von Rasenballsport Leipzig schauen. Nämlich Hertha BSC empfangen sie im nächsten Spiel zum Ostderby. Und da haben wir ihn. Jürgen Salam. Deutsch-Türke wechselt. Äh wechselt. Was heißt wechselt? Wird sein Bundesliga-Debüt feiern. Das wollte ich eigentlich sagen. Auf der Position von Thomas Eisfeld. Halbe Stunde haben wir noch Zeit. Genauso wie RB Leipzig natürlich. Hier noch einen Treffer zu erzielen. Ter West im Zweikampf. Sieger gegen Davy Selke. Hühl. Max. Spöger. Max. Gut gespielt. Salam. Darsee. Ah. Trennt sich da ein Ticken zu spät vom Ball. Und so wieder die Chance. Erstmal dahin. Und dann gut freigespielt. Demme. Bester Vorlageber seines Teams. Aber Gülkan Gül stellt ihn da gut zu. Hätte eigentlich flanken können. Da war kurzzeitig die Möglichkeit eigentlich vorhanden gewesen. Wieder Gülkan Gül. Setzt sich da auf den Flügel rum. Abgefälschte Flanke. Nein. Da war sogar noch ein Leipziger zuletzt dran. Gibt den Abstoß. Und es gibt den nächsten Wechsel. Diego Damme geht. Und es kommt Keita. Im wahren Leben. Na auch so etwas wie ein Senkrechtstarter kann man glaube ich sagen. Spielt eine richtig gute Saison. Hier in der aktuellen Saison in FIFA. Meistens nur zweite Wahl. Kommt meistens nur von der Bank. So wie auch heute. So den machen wir mal kurz. Richtung Gülkan Gül. Selke läuft früh an. Allgemein die Leipziger laufen jetzt wesentlich früher an. Müssen wir versuchen über Direktpässe durchzukommen. Aber bei Ballverlusten wird es natürlich dann sehr gefährlich. Denn Leipzig versucht immer wieder schnell umzuschalten. Auch wenn das hier diesmal ein bisschen zu ungenau war. Spöger verliert das Kopfballduell. Jetzt Leipzig in dieser Phase momentan wieder mehr am Drücker. Gute Grätsche von Keita. Wer den Ball gewinnt dadurch. So wir kommen nicht an den Ball. Werner gegen Abraschi. Und dann gibt es den Elfmeter. Es ist frustrierend. Und es macht das Foul Hede terbest. Wenn es denn ein Foul war. Selke natürlich in sehr aussichtsreicher Position gewesen. Bekommt da vielleicht einen leichten Schubs da von hinten. So gibt es auf jeden Fall den Elfmeter. Und die Riesenchance für Timo Werner. Und er nutzt sie. 69. Minute. Leipzig führt in Bochum 1 zu 0. Timo Werner. Der ja in den letzten Wochen nicht unbedingt Sympathiepunkte im Fußballdeutschland gesammelt hat. Und das könnte der zweite Sieg in Folge werden für die Gäste. Busk im richtigen Eck. Aber der war dann zu platziert. Zu hart geschossen. Hat Busk keine Abwehrmöglichkeit. Schade. Aber natürlich sehr unglücklich aus Sicht von Hiddetair West. Der neue Rechtsverteidiger mit dem V-Spiel. Anselke und Timo Werner verwandelt zur Führung. Aber es hat sich so ein bisschen angedeutet. Muss man schon fast sagen. In der Phase seit der letzten Viertelstunde gewinnt Bochum kaum noch die Zweikämpfe. So wie hier. So wie hier. Jetzt aber der Fehlpass. Und jetzt fast Überzahl. Für Basi. Und dann wieder der letzte Pass. Wieder noch ein Abwehrbein dazwischen. Und jetzt der Fehler von Bastians. Kennt man so von ihm gar nicht. Werner. Mit dem Matchball, den er vergibt. Und die Abwehrproblematik. Schaltet sich wieder ein. Und mit Timo Werner hat Leipzig ja den perfekten Konterstürmer. Ist einfach feilschnell. Und jetzt kommt Raphael. Letzter Wechsel RB. Für Davy Selke. Wird also auch nicht unbedingt ungefährlicher. Aber Leipzig bleibt dabei. Werner läuft da sehr früh an. Die stellen sich nicht hinten rein. Also die sind anscheinend wirklich sehr stark in dieses Jahr gestartet. Nach dem Sieg gegen Bremen jetzt die Führung beim VfL Bochum. Aber noch ist Zeit. Guter Ball für Thea Abest. Der legt ab für Basi. Und der will noch eins durchstecken. Aber Polter bleibt da am Gegenspieler hängen. Es sind solche unglücklichen Aktionen. Max kann auch hier den Ball nicht behaupten. Obwohl er den Zweikampf gewonnen hat. Ilzanka. Bastianz im Duell der Kapitäne. Sieger. Zehn Minuten noch zu gehen. Aber Leipzig kämpft. Das muss man echt sagen. Guter Ball von Polter für Abest. Thea Abest. Zweiter Versuch. Und wieder wird der Rechtsverteidiger geschickt. Er will natürlich seinen Fehler wieder gut machen. Aber kommt da leider Gottes nicht an die Kugel ran. Einen Wechsel haben wir noch. Haben allerdings nur noch eher Defensivkünstler auf der Bank. Und bringen vielleicht nochmal Tido Kera für Abraschi. Nur nochmal um eine frische Kraft im Zentralen Mittelfeld zu haben. Aber die Hoffnung, sie schwindet. Nur noch 8 Minuten Zeit. Letzter Wechsel also. Tido Kera nach längerer Zeit auch mal wieder mit auf den Platz. Und wir müssen jetzt volle Pulle versuchen Leipzig unter Druck zu setzen. Basé versucht es aber ohne Erfolg. Fangt Bergen. Das gibt es doch nicht. Woher nimmt sich RB Leipzig so viel Selbstvertrauen? Polter. Irgendwie den Ball nach innen bringen. Aber Basé ist natürlich kein Kopfballspieler. Polter. Und dann Fangt Bergen mit dem verlorenen Dribbling. Und guckt euch an, wie das RB Leipzig da gerade ausspielt. Als hätten sie das Selbstvertrauen von 10-7 in Folge. Sabitzer inzwischen auch in der Partie. Klostermann. Aber das wäre jetzt noch das I-Tüpfelchen. Klostermann mit der Flanke. Zurück zu Forstberg. Und Busk. Das erste Spiel in Köln. Sah ja noch stellenweise richtig gut aus. Aber die Leistung heute hier wieder gegen RB Leipzig. Zum Teil einfach nur schlecht. 0-2. 90. Minute. Und jetzt macht glaube ich wieder der Werner. So sieht's aus. Abseits verdächtig. Busk kann den ersten Schuss parieren. Beim zweiten dann natürlich ohne Abwehrmöglichkeit. Bochum hat aufgemacht und hat so den Doppelpack für Timo Werner ermöglicht. Der bis dato in der aktuellen Saison nur ein einziges Mal getroffen hat. Gegen Bochum darf er halt. Vielleicht zweimal ran. So traurig das Ganze ist. Holter. Basi. Ne. Ein Spiel voller Missverständnisse. Noch eine Minute müssen wir hier überstehen. Dann haben wir auch dieses Spiel verloren. Es wird die nächste Heimniederlage. Uns ist wieder kein eigenes Tor gelungen. Es läuft alles momentan gegen den VfL Bochum, liebe Freunde. Natürlich muss man glaube ich sagen, Leipzig 10 zu 3 Schüsse. War das wirklich so viel mehr? Ich weiß ja nicht. Es ist einfach sehr unglücklich. Und guckt euch mal an, wer bester Spieler von der Benotung her war. Es war Ter Avest. Trotz des Foulspiels, das dann zum Tor führte. Klostermann wurde übrigens zum Man of the Match gewählt, der ein Tor vorbereitet hat. Wahrscheinlich dann das 2 zu 0 von Timo Werner. Ja, ein Elfmetertor, eine zumindest abseitsverdächtige Möglichkeit, dass das 2 zu 0 ermöglicht hatte. Ihr wisst schon, ich tue mich gerade schwer, irgendwie Worte zu finden. Es ist einfach nur schon wieder eine riesen Enttäuschung. Es geht also im Jahr 2018 im Grunde genauso weiter wie in der Hinrunde. Auswärts schießen wir zwar immer ein Tor, aber können kein Spiel gewinnen. Und zu Hause schießen wir niemals ein Tor. Und ja, verlieren dementsprechend dann auch ab und zu mal ein Spiel, wie eben heute gegen RB Leipzig. Trainingswoche war eh nicht bescheiden. Gülkon Gülf. Beste Note war hier ein C. Für mehr reicht es momentan anscheinend auch nicht. Und der VfL Bochum, wir gucken mal auf die Tabelle. Stuttgart scheint unentschieden gespielt zu haben. Leipzig rückt dadurch natürlich noch näher dran. Und es wird noch spannender da unten drin. Die letzten 5 Mannschaften spielen momentan gegen den Abstieg. Danach erstmal ein kleines Polster zum 1. FC Köln und den Rest des Feldes. Mann, 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 wir rutschen tiefer und tiefer rein. Und ja, Barcelona schlägt mal wieder auf den Transfermarkt zu. Viele Deutsche, Ösi und Can, hatte ich ja schon beim letzten Mal glaube ich erwähnt, sind nach Barcelona gewechselt. Und jetzt wechseln noch zwei ehemalige Bundesligaspieler dorthin mit Bernd Leno für 29 Mille und Luis Gustavo für 16,5 Mille. Beide zum Spitzenklub nach Barcelona, die schon mächtig Geld in dieser Wintertransferperiode ausgegeben haben. So, aber liebe Freunde, normalerweise würde ich an dieser Stelle noch den letzten Transfertag hintendran hängen. Aber ich glaube in diesem Fall werde ich das so machen, dass ich den letzten Transferpart, ich sehe da schon wieder ein paar Mails, dass ich den letzten Transferpart nochmal separat als einzelnen Part aufnehmen werde. Deswegen gibt es an dieser Stelle den nächsten Schnitt. Und ich sage an dieser Stelle natürlich mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part von Let's Play FIFA 17, den Karrieremodus mit dem VfL Bochum, die mehr und mehr da unten reinrutschen. Also wir waren schon die ganze Zeit da unten, aber so langsam wird es echt bremslich, liebe Freunde. Ich glaube das 4-4-2-System werde ich dann doch eventuell wieder sausen lassen. Doch wieder vielleicht auf das 4-5-1 zurückkehren. Ich weiß es nicht, Freunde, ich muss mir da noch was überlegen. Wir werden aber hoffentlich ja noch zwei Verstärkungen bekommen fürs Team, die uns dann ab dem nächsten Spieltag hoffentlich unterstützen können. Ich will es auf jeden Fall hoffen. Ansonsten wird es noch eine sehr, sehr schwierige Rückrunde. Gut, aber liebe Freunde, mehr dazu dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, ciao, ciao und Glück auf, sagt euer Killer. Bis zum nächsten Mal.